Hallöchen und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von Warframe. Ähm, ich weiß nicht. Oh, es ist, naja, später. Ähm, ich weiß nicht, wie lange ich es heute schaffe. Ich bin ein bisschen verkühlt und dachte mir, okay, ich nehme trotzdem mal eine Runde Warframe auf. Mal schauen. Naja, muss ich mir nur vorlegen, wie weit. Äh, ja. Ich würde heute sagen, um nicht zu viel Zeit zu verstreichen, wir müssen noch, äh, genau, wir müssen noch den Rhino zusammenbasteln. Und da fällt uns noch das System. Genau, das System fehlt uns noch. Das heißt, wir lassen die zwei Komponenten, äh, den Kopf und das Chasis mal drinnen. Schmeißen uns dann, oh scheiße, ich weiß gar nicht mehr, was. Äh, ich muss kurz gucken. Ja, genau. Ah, genau. Machen wir noch eine Runde Checkern, äh, beziehungsweise zwei, je nachdem, ob es beim ersten Mal schon droppt oder nicht. Und dann sehen wir uns eigentlich in der nächsten Folge wieder, weil, ähm, es bleibt bei einer Mission. Wobei, ich weiß nicht, ich überleg's mir doch. Ja, weil die eine Folge, also Checker geht ja recht schnell, wird ja nur durchgerusht eigentlich bis zum Boss. Das kennt ihr jetzt eh schon von zwei Folgen. Die Assassination Target ist nahe, seek and destroy. In an attempt to exert power and authority, the corpus recently introduced their most lethal security proxy yet. Okay. Determine its location aboard this vessel and destroy it. Ah, ja. Ähm. Ich glaub, ab 10 Folgen, wenn wir's nach 10 Folgen immer noch nicht haben, ähm, dann wisst ihr ja schon, wie man den Jackal tötet. Ich mein, das merkt man sich grundsätzlich fast schon aus. Das merkt man sich ja grundsätzlich. Grundsätzlich merkt man das ja schon beim ersten Mal, wie man Jackal tötet. Und so, oh, ich, sorry, dass ich grad zu still war, ich war grad abgelenkt. Ähm, halt die Faser. Okay. Lass das. Und wenn ich, da ich ja nur ein Teil von Jackal sammle, ist es ja glaub ich egal, wie wir das Ganze machen. Oh, was war denn das? Schönes? Explosionsschaden, oder? Hau ab. So. Ja, au. Ja, also ich glaube, ab 10 Folgen ist es, glaub ich. Ich glaube, ab 10 Folgen ist es okay. Oh. Ja, ja. Was? Ich will meine... ...Pistolen haben hier. Ja, wunderbar. Oh, die Mission ist schon erledigt. Okay. So. Ich glaube, die haben Feuer-Damage, ne? Wenn ich mich noch reden kann. Dankeschön. Ah, da hätte ich können nachladen. Ah, beweg dich nicht so schnell. Achso. So. Ja, das ist mir aber... ...relativ egal. Hau ab. Wo muss ich hin? Ah, da. Boah, ich hasse es mit Demolition. Also mit dieser Waffe nachzulangen. Ich hätte... ...ab und so denke ich mir, ich hätte sollen... ...die Fury einfach lassen. Zumindest einmal... ...so weit lassen, ja? Ist das der richtige Boss? Sei still. ...was hat extrem problematisch für uns selbst in dem Feld geworden. Ja, ja. Okay. Energie können wir natürlich brauchen. Na, du bleibst da. Kommt da was? Ich hoffe nicht. Okay, ich rush mal weiter. Dass wir vielleicht wirklich noch eine zweite Mission hinkriegen. Aua. Ja. Mist, wo ist sie? Aua, aua. Okay, das sind auch irgendwo Geschütze. Ach, pisse dich. Ah, das da. Alter, komm schon. Komm. Reicht. So, es wäre schön hier. Okay. Da kann man wenigstens hinken. Hab heute auch den Tipp gelesen, dass, wenn man... ...dass, wenn man... ...dass, wenn man... ...ähm, zwei nicht... ...also, wenn man so zwei Teile hat, ...was nicht in der Mitte verbunden sind, ...dass man die einfach zusammensetzen muss, ...dass man die einfach zusammensetzen muss, dann funktioniert das auch. Ah, das... ...das wusste ich bis jetzt einfach nicht. Na, die ist besser. Ja. Oh. Okay. Na, komm. Uuuh. Ah, okay. Nachladen. Ja, das... ...das geht auch ganz gut. Macht aber nicht ganz so viel Damage, ne? Ähm. Autsch. Autsch, Autsch, Autsch. Er macht immer noch. Genau, mit der Match muss ich sagen. Okay, ich lade mal schnell nach. Und dann geht's wieder auf den rechten Fuß. Nein! Okay, die... Okay, er ist down. Das ist schön. So, weg mit dir. So, ich sammle mal schnell ein bisschen ein. Da fällt da immer einiges runter. Boah, da, das... ...das ist traumhaft. Autsch. Wo kommen die jetzt alle her? Der hat vorher Hilfe gebraucht. Nicht jetzt. Nein! Scheiß Wichser. Okay. Okay, das sagt man nicht. Sorry. Ich bin... Bei dem Game bin ich immer ein bisschen... ...aggressiv. Achso, ich muss wieder in die andere Richtung. Das war mal gar nichts. Ah, komm. Es wäre zwischenzeitlich schon ganz cool, wenn man es... ...wenn man es sehen könnte. Ja, das war wohl nichts. Äh, wenn man sehen könnte, was man für... ...für... ...für den Chase-Style bekommen hat. Jetzt gleich, weil da wüsste ich ja, ob ich weiterlaufen soll oder nicht. Jo. Okay. Vielleicht hat das ein bisschen... ...und ich bin weg. Oh ja. Schön. Oh. Nein, Mist. Jayses Bauplause. Ach, du Schöne. Okay, das... Ich würde sagen, wir machen es einfach nochmal. Es bringt nämlich ein paar... Es bringt schon ein paar XP, bringt es auch. Ich glaube, wenn ich meine Waffen einsetze. Aber ich würde sagen, wir rushen jetzt wirklich nur durch bis zum Boss. Oh, ich gehe trotzdem verlassen. Weil nicht, dass dann... ...wenn man auf die Hohen drückt, dann wieder alles... ...also, alles weg ist. Okay. Auf geht's. Und gleich nochmal eine Runde. Das wäre dann im Prinzip... Das ist im Prinzip wieder eine Folge. Also, wenn ich den mache, beim Let's Play, dann mache ich da zwei Runden hintereinander. Ähm, und das war's. In einer Folge, das... Äh, zwei Runden sind, glaube ich, in einer Aufnahmesession, die ja meistens nur drei Folgen beinhaltet. Oder vier maximal. Sind ja okay. Kann man ja, glaube ich, machen. Und, ja. So. Komm, geht weg. Mist. Ich kann das Teil nicht erledigen. Ah, so geht's. Ah, ich... Ich komm nicht hoch. Hallo? Und leise. Hat niemand gehört? Oh, alter. Ah, der war... Das geht gut, fuck. Was zum Teufel ist hier? Hier ist irgendein Symbol. Direkt oben hier. Was ist denn das? Ich will das Teil jetzt nicht hacken, eigentlich, aber... Was ist hier? Karte gibt's nicht. Doch, gibt's, ähm... Was ist... Okay, jetzt ist die Karte ganz klein. Okay, ich glaube, fangen wir mal weiter... Okay, das Teil ist jetzt weg. Also anscheinend war es wirklich der Roboter. Gut, der bleibt da. Der macht ja auch eigentlich nur Ärger. Ja, gut. Das mit diesen fünf Gegnern... Ich kann's nämlich gesehen haben, verdammt... Oder ist meine Roboter da? Ah, der ist auch da. Ja, oben hier. Halt, die Fässer. Okay. Nein. Aua. Hups. Okay. Warte, ich verstecke mich unter hier. Dann zieht sie mich nicht. Okay, zu spät. Na, kommt die nicht weiter? Sehr freilich zu hören. Oder zu sie. Weiß ich nicht so genau. Und da ist er. Hallo hier in Jackal. Ja, ich würd gerne überspringen. Ähm. War ja nicht so kippend gerade. Ja, ich kann da den Fuß abschießen. Oh. Und wechseln und draufhalten. Oh ja. Ja, die bringen schon enormen Damage. Kassifizierung erbärmlich. Oh, wie nett. Wir werden schon sehen, wie erbärmlich ich bin. Schlimme ist, er trifft mich ja nicht mal, ne? Okay. Mal laden. Auch mit der Waffe. Na, komm schon. Ähm, hier bin ich. Okay. Äh, komm. Na, komm schon. Okay. Oh, Munition nervt. Das war ganz schlecht. Also, eigentlich nicht, weil... Ah, ja. Und er ist down. Ja, ja. Wo sind die ganzen vielen Sachen? Normalerweise kommt hier tausend Sachen runter. Ah, hier. Ich glaub, hier waren sie. Zu viele. Okay. Na, dann würde ich mal sagen, raus hier. So, einmal raushacken hier wieder. Zack. Wenn natürlich irgendwann der Wunsch hat, ich soll's off-screen machen oder sonst irgendwas. Also, diese Mission hier. Ich muss es nicht off-screen machen, weil ich find's eigentlich ganz lustig. Aber ich glaube halt, dass es auf Dauer trotzdem anstrengend wird, wenn man, wenn man die gleiche Mission immer und immer wieder anschauen muss. Nur weil ich einen neuen Warframe will. Ich mein, immerhin, also, gibt's da einen neuen Warframe. Was ja auch nicht schlecht ist, ja. Also. Ja, wir waren, wir waren jetzt aber deutlich schneller. Was haben wir? Aber, jawohl, Systeme. Wunderbar. Das heißt, das mit dem Off-screen hat sich gerade erledigt. Wenn wir eh Systeme jetzt haben, passt das ganz gut. Okay. Ich trink mal schnell was. Könnte ich mir für die Bause inzwischen durch aufheben. Aber, ey. Warum nicht gleich während des Let's Plays trinken. Okay. Pistole. Äh, Shotgun. Sonst eigentlich nicht viel. Außer natürlich. Ja. Schön wär's, wenn ich jetzt schon einen... So, wo ist sie? Oder unter... So, ich... Ich nehm deinen Helm mal mit. So, ja. Das Chase haben wir noch einmal, von dem her. Ganz okay. So. Systeme werden gecraftet. Und dann können wir eigentlich schon den Rhino an sich selbst craften. Der... Angeblich recht gut ist. Sag ich jetzt mal. Okay. Ähm, ich weiß nicht. Unsere Fury ist Rang 11. Haben wir das schon ausgenutzt? Ja, wir haben nur noch... Ja, okay. Wir haben Flammenladung drin und Synchronistenstich. Es gibt, glaube ich, sogar ein besseres, schnelleres Ziehen, oder? Ah, der 10% ist schon das höchste. Ja, ich finde Einschlagschaden. Okay, das wäre natürlich noch interessant, ob das besser ist. Aber ich weiß es nicht so genau. Äh, mal kurz überlegen. Ich brauche irgendwas, was 3 hat, oder 2. Das ist natürlich... Was ist es, wenn ich den Honistenstich hier rausnehme, dafür den Honistenstich reinsetze, und einfach nur diesen Einschlagschaden erhöhe? Also irgendwas, was 3 hat, habe ich ja nicht. Ja, es macht insgesamt weniger, wenn ich sonst... Wenn ich hier die Werte ansiehe, ist es weniger. Einfach. Ja, dann nehme ich wieder den normalen... Also den stärkeren Honistenstichaden. Ja. Okay. Wir machen 16 Damage. Das haben wir jetzt bei dem Jackal gesehen. Aber okay. Gut. Dann würde ich sagen, lassen wir es für diese auf... Also für diese Folge. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten. Wir haben jetzt unsere Systeme. Die sind dann bald fertig. Natürlich nicht in der nächsten Folge, sondern... Leider ist natürlich nächste Woche. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Mission. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, dass wir jetzt die Finder, die ja keine Maschine werden. Aber wir werden sie. Also, tschüss, bis dann. Baba.